Oh, hey cool! Parktool, das gefällt mir nicht. Endlich ist mein Paket von Kunstform gekommen. Da halte ich mich mal hin hier. Einmal zum Unboxing für einen 5er. Ich habe mir ein Sattelchen bestellt. Mit Leoparden-Style. Ist echt cool, gefällt mir. Was ist denn da noch so? Ein Tütchen für den Kopf. Bauchkleberchen von Kunstform. Das andere kenne ich nicht. Gib mal! Halte ey! Kein Problem. Rechnung? Ne, die Rechnung kannst du auch haben, wenn du willst. Will ich nicht. Ne, das auch nicht. Da ein Poster. Ja, recht cool. Geile Scheiße. Wieso bist du nicht? Ich habe den Poster mitgekriegt. Noch ein Poster. Ach, das ist Werbung, Mann. Flatland. Oh, nicht schlecht. Hier ein paar Vorbauten von Kunstform, ne? Werbung. Ja, Kunstform-Katalog. Kannst du auch haben. Habe ich mir noch die Freedom B-Mix mitbestellt, ne? Jut, ne? Auch nicht schlecht. 110 immer wichtig, sag ich euch. Ja, optimal. Bin hier im Radladen. Gutes Laden. Echt ein guter Laden. Und das Apparat läuft. Ja, das ist eine Kamera. Ja, so. Also, werden wir mal jetzt hier... Hast du auf Pause gedrückt? Nein, nicht auf Pause drücken! Komm mit! Bone Death. Der Vibrator. 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 Das war die Empower. Hübschen noch. BAM! BAM! Richtig idlich! BAM!